Falls du jemals im Dschungel sein solltest und Popcorn riechst, geh so schnell und so weit weg wie möglich davon. Tiger-Urin riecht nämlich nach Popcorn. Sie markieren ihr Revier so. Ja, aber wer geht in einen Wald, wo Tiger-Urin ist? Da bist du selber schuld. Lifehacks, die dein Leben retten könnten. Falls du jemals entführt wirst und die Möglichkeit hast, die Polizei zu rufen, tu so, als ob du eine Pizza bestellst. Mach mal. Polizisten werden dazu ausgebildet, solche Anrufe zu entschlüsseln. Warte mal, warum sollte mich der Entführer eine Pizza bestellen lassen? Warum? Sollte dein Getränk ungeplant nach Zimt riechen, sage sofort dem Barkeeper Bescheid, er soll die Polizei rufen. Zimt hat einen starken Eigengeruch und wird oft verwendet, um den Geruch von giftigen Substanzen zu überdecken. Boah, merkst du mir jetzt? Wie gut, dass ich nie irgendwo hingehe, wo es das geben kann. Wenn du mit dem Auto ins Wasser fällst, öffne so schnell wie möglich ein Fenster. Die Tür wirst du nach wenigen Sekunden aufgrund des hohen Wasserdrucks nicht mehr aufbekommen. Was bringt mir denn das Fenster? Jetzt krieg ich das dann auf.